Als Stadtwerke stellen wir die Versorgung der Region sicher. Wir sorgen für Energie, Mobilität, Trinkwasser, Highspeed Internet und arbeiten jeden Tag für die Lebensqualität der Menschen in Konstanz. Für mehr Konstanz im Leben. Wir befördern jährlich über 13 Millionen Fahrgäste mit unseren Bussen, von denen mehr als die Hälfte schon die Abgasnorm Euro 6 erfüllen. Und komplett CO2-frei fahren die Konstanzer seit 2018 mit dem Konrad. Auch mit der Fähre gehen wir einen Schritt weiter und erweitern unsere Flotte durch unsere erste gasbetriebene Fähre. Denn Nachhaltigkeit rückt für uns immer mehr in den Mittelpunkt. In den vergangenen Jahren haben wir viele Maßnahmen und Projekte umgesetzt. Die Straßenbeleuchtung ist bereits seit Jahren umweltfreundlich. Zusätzlich leuchten schon 10 Prozent der Straßenlampen mit LED. Und es werden immer mehr. An naturnahen Stellen setzen wir die neue Lichtfarbe Amber ein. Und wir testen immer wieder neue Technologien, um noch mehr Energie zu sparen. So auch bei den Bodenseeschiffsbetrieben. Als Vorreiter in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. So wie zum Heizen und Beleuchten der Konstanzer Bäder. Als Kunde stehen Sie bei uns im Mittelpunkt. Neben dem Service vor Ort arbeiten wir an der Einführung eines virtuellen Kundenzentrums. Gemeinsam mit Ihnen tragen wir auch in Zukunft Verantwortung für unsere Stadt und die Region. Stadtwerke Konstanz. Mehr Konstanz im Leben.